Ich habe die Hölle gesehen, die in diesen Straßen gewütet hat. Ich bewege mich zwischen zwei Wänden, unserer Welt und der Hölle. R.S.F.D. 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 Und was wäre, wenn Gott auf der Torf, der einen Kacken geschlossen hätte? Für das Schicksal aller Seelen der Menschen. Ich glaube nicht an den Zweifel. Aber das solltest du. Wer glaubt an dich? Ich und wem, was du gesehen hast. Du siehst sie, siehst sie nicht. Du siehst sie, siehst sie nicht. Du siehst sie, siehst sie nicht.